Der von Menschen verursachte CO2-bedingte Klimawandel ist erwiesenermaßen falsch. Wir sind für den sofortigen Stopp aller Maßnahmen des Pariser Klimaabkommens und für die Auflösung des CO2-Zertifikathandels. Wir setzen uns ein für Umwelt- und Naturschutz und dabei muss der Ausbau erneuerbarer Energien sorgfältig geplant und umgesetzt werden, um Schäden an der Natur- und Tierwelt zu verhindern. Wir setzen uns ein für die Forschung an freien Energien, um langfristig umweltfreundliche und kostengünstige Energieversorgung für alle Menschen bereitzustellen. Gute Jugendarbeit zeichnet sich immer durch Engagement, aktives Mitwirken und Mitgestalten im politischen Geschehen aus, zum Beispiel durch Jugendverbände, durch den EU-Jugenddialog oder internationale Jugendpolitik. Das europapolitische Engagement junger Menschen sollte durch die Bildung und aktive Gestaltung von Jugendverbänden in den Parteien unterstützt werden. Auch die Bildung eines Jugendparlaments wäre förderlich. Politik muss leicht verständlich gemacht werden und junge Menschen müssen von Politikern gehört und ernst genommen werden. Und deshalb ist die Installation einer Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche wichtig, wo sie ihre Fragen stellen können und ihre Ideen aktiv mit einbringen können, zum Beispiel über ein Onlineportal. Und dort werden dann die Fragen von den Parteipressestellen öffentlich beantwortet. Auch im EU-Jugenddialog sollten immer Politiker mit dabei sein, die auf die Fragen und Bedürfnisse der Jugendlichen eingehen. Der Zusammenhalt in Europa ist zwingende Voraussetzung für Wohlstandssicherheit und Zukunftsfähigkeit. Zunächst fördert die Stärkung freiheitlicher Demokratie den Zusammenhalt aller europäischen Länder. Eine Stärkung freiheitlicher Demokratie kann durch die Einführung EU-weit verbindlicher Bürgerentscheide erreicht werden. Auch die Beseitigung sozialer Ungleichheit in Europa stärkt den Zusammenhalt. Aber dafür müssen alle EU-Mitgliedstaaten eine Politik verfolgen, die die gerechte Verteilung von Geld und Macht zum Ziel hat. Und das bedeutet eine Politik im Sinne der Bevölkerung, Chancengleichheit, Angleichung von Einkommen, gerechte Verteilung von Steuergeldern und länderübergreifende Zusammenarbeit.